Herzlich Willkommen zu einem kleinen Gameplay zu Pool Position Management Simulator 2012 Was soll man sagen, wir machen mal ein neues Spiel und dann könnt ihr euch das mal angucken Hier in der Manager Einstellung hat man ja so Name, Vorname, dann kann man sein Alter eingeben, Geburtsdatum, Nationalität Dann kann man einen von diesen hässlichen Fratzen aussuchen als Vorlage und sich dann nehmen, wir nehmen mal die Glatzbirne Wir sind Argentinier, wir sind 99 Jahre alt, wir sind am 10. September geboren und gehen mal weiter Also unsere Saison wird schnell vorbei sein, weil wir schon fast tot sind, aber trotzdem geht das noch Wir sind hier mit bei, dann gehen wir hier auch auf Fighter, hier sehen wir ja wo wir sind, wo wir stehen Wir haben jetzt hier die Auswahl Team Einstellung, was wir sein wollen Wir sagen mal, wir sind Amis, wir wollen ein weißes Auto Keine Ahnung was das für ein Land sein soll oder was für ein Sponsor das sein soll oder was auch immer Wir nehmen mal das, das sieht so ein bisschen aus wie Bentley, Bentley oder Aston Martin, weiß ich nicht, weiter So und dann kommt es auch schon, dann kommen wir auch zum Hauptspiel, das lädt etwas länger Das Game Und ist am Anfang sehr, sehr kompliziert Sehr kompliziert So, eine neue Saison hat begonnen Ja, das wissen wir alles, Dankeschön Hier kann man die E-Mails einlesen, bla 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 Hier sind die ganzen persönlichen Einstellungen Wir sind 99 Jahre alt Und sind noch aktiv im Renngeschehen 20 Millionen ist unser Geld Und wir haben am Anfang erstmal ganz, ganz, ganz viele Ausgaben Das heißt, wenn wir hier oben auf den Planer klicken Kriegen wir Ein weiterer Fanclub von ihrem Team wurde gegründet Dann kriegen wir hier zum Beispiel Wenn wir hier immer die Tage weiter klicken Hier sehen wir am 12. März ist das Training das Erste Das heißt, wir müssen jetzt die ganze Zeit hier auf die Tage klicken Die ganze Zeit Bis wir beim 12. März sind Und da kommen auch immer ein paar E-Mails rein Wir machen mal bis zum Stopp Bis zum 11. März So und gucken uns das mal an Sie müssen die Rechnung für ihre letzten Teamfahrer bezahlen Mit Managementbeträge Der Rechnung stolze 48.000 Ja, das können wir ja machen Wir haben ja ein bisschen was eingenommen da oben Das machen wir noch Kriegen ihr Geld, wenn ich tot bin Sie müssen die Rechnung für die letzten Team Ja, ja, das kriegen die, wenn wir tot sind Das ignorieren wir einfach mal So, hallo, ich wollte mich vorstellen Ja, das sind immer Da kriegt man so Angebote für neue Fahrer Die zeigen dann, wie geil sie sind Und das Witzige ist Bevor man jetzt ein Rennen machen kann Muss man sich den ganzen Wagen zusammenspielen Das heißt, man muss in die Werkstatt gehen Man geht dann auf Fahrzeugsetup So, und dort hat man dann das Auto Das Witzige ist Bevor man ein Rennen machen kann Muss man erstmal alles kaufen Das heißt, diesen Kotchlügel Dies, das, 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 das und das Dann muss man in die Mechanik Dann muss man hier komplett auch nochmal alles kaufen Und dann ins Setup Und hier kann man dann einstellen Entschuldigung, mein Auge juckt Wie die Hölle gerade Brennt auch Man kann dann hier einstellen Größe der Kuhlofföffnung Was weiß ich, was das alles sein soll Das ist, da kennen sich dann eben Mehr die Ferrari-Fans Oder die Formel 1-Fans mit aus Dann kann man hier Winkel der Frontflügel einstellen Das ist dann für die Geschwindigkeit Oder Kurvengeschwindigkeit Für die Lage Und im Windkanal kann man dann auch nochmal was testen Wir machen das erstmal so Wir gehen mal auf das erste Auto Dann müssen wir auf Aerodynamik hier Da Und dann geht man auf Zulieferer Dann machen wir erstmal, okay, so Wir brauchen ja erstmal für die Aerodynamik Das heißt, wir müssen von jedem zwei kaufen Wir können auch das mit mehr Fähigkeiten doppelt nehmen Das ist aber halt auch ein bisschen teurer Ich habe das immer so, jetzt so Zweimal Zweimal Ah, nochmal Weil wir brauchen von jedem Artikel zwei Weil wir ja zwei Fahrer haben Und zwei Autos So, dann müssen wir auf Mechanik Alles sehr, sehr teuer Aber wir haben ja 20 Millionen Wir haben es ja So, das haben wir Das Lenk Lenksystem haben wir Das haben wir Bremsen Dann das hier und das hier So Und dann müssen wir nochmal einen schicken Motor holen Da machen wir dann Zum Beispiel Angeln wir einen Vertrag aus Wir nehmen mal das Vertrag abschließen So, da haben wir mal zwei Motoren gekauft noch So, und dann gehen wir in die Aerodynamik zurück Dann, nee Erstmal gehen wir auf Fahrzeugsetup Und dann gehen wir auf erstes Auto Und dann auf Aerodynamik Dann klicken wir hier drauf Und dann können wir eins von diesen beiden Spaßvögeln auswählen Und hier reinlegen So, und das machen wir jetzt mit allen so Halt So wie man das dann am besten möchte Man muss wirklich ein bisschen mehr lesen Also ich zeige jetzt nur im Schnelldurchlauf einmal so ein kleines Tutorial Wie alles funktioniert So, das wird dann hier reingeschoben Und schon haben wir einmal den kompletten Wagen Dann müssen wir auf Mechanik hin Weil ohne Motor, Reifen und Bremsen und alles geht's halt nicht Dann klickt man immer diese Teile an hier Die Bilder Und dann zieht man das einfach nur Mit einem Klick drauf Kann man das jetzt so rumziehen Und dann mit einem Klick nochmal bestätigen Dann ist das da drin So, dann haben wir hier das Zack Und dann haben wir hier da Und da So, erwartet nicht zu viel von dem Spiel Auch wenn das Cover viel, viel zeigt Mit dem Setup Hier könnte man jetzt einstellen Aerodynamik Kann man hier einstellen Hier kann man Reifen Und Aufhängung einstellen Und hier Motor und Bremsen Ist natürlich wie gesagt Für Leute, die sich mit Ferrari Mit Formel 1 auskennen Optimal Für mich als Laie A.K.A. Noob A.K.A. Loser Äh, ist das natürlich Äh, extrem kompliziert Und ich weiß gar nicht Was ich da genau einstellen muss Damit das alles so richtig gut wird Und wir machen das erstmal so Wir bauen jetzt erstmal unsere zwei Gerätschaften hier zusammen Man hört immer Das Wiew Wiew So So Zack So, hier kann man auch wieder das Setup verändern Wollen wir aber nicht Erster, zweiter Wagen So, und um jetzt mal eine Testfahrt zu machen Müssten wir eigentlich nicht auf Testfahrt gehen Sondern wir gehen auf Team Wir gehen auf Team Dann gehen wir auf Wo ist das jetzt? Ne, Personal Sorry, sorry, Personal Dann müssen wir auf Fahrer gehen Und dann haben wir hier Unsere Fahrerposition Die müssen wir eingeben Ganz, ganz wichtig Wir brauchen mindestens einen Fahrer, der fährt Das heißt, ihr müsst erstmal auf Personal Dann auf Fahrer Teamfahrer Fahrerposition Ihr müsst einen Fahrer Hier in die erste Fahrer reinklicken Damit ihr überhaupt an diesem Cup Der hier am 12. März teilnimmt Auch teilnehmen könnt Weil ihr habt keinen Fahrer Die sind alle als Testfahrer Eingenullt worden Das heißt, wir lassen die trotzdem Mal als Testfahrer drin Dann kann man nämlich auf Wo ist das jetzt nochmal? Ich hatte das eben noch Rennübersicht Streckenübersicht Wartet Ich hab das gleich Irgendwo war das mit dem 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 Irgendwo war das mit dem Testfahrten Ich weiß jetzt nicht mehr Wo das war Rennkalender Training Training Also man kann auf jeden Fall Irgendwo konnte man Das auf jeden Fall machen Ich weiß es jetzt nicht mehr wo Wir stecken mal die Fahrerposition Den in den ersten Den in den zweiten Rein Dann können wir hier klicken Und dann sind wir auf dem 12. März Für das Rennen Dann klicken wir nochmal hier drauf Und dann sagt er uns Nimmlich hier Komm Ab zum Training Event starten So dann sind wir hier im Event Und hier Ist die Langeweile Vorprogrammiert Denn Es wird nichts gezeigt Vom Rennen mal Ein bisschen was Ist aber leider alles Sehr verbuggt Irgendwie noch Ich hab keine Ahnung Wieso das bei Simulatoren So ist Nur hier ist es halt so Und dann kann man hier Play machen Und jetzt sieht man hier Diese kleinen Dinger rumfahren Das sind wir Ab und zu wird auch mal In die Kamera der Fahrzeuge Geschaltet Das wird aber Automatisch gemacht So wie die halt Lust haben So wird das dann ab und zu mal gezeigt Und das kann man sich dann so angucken Man könnte aber auch Hier so ein bisschen Vorspulen So So Jetzt zieht das alles viel viel schneller So Und so muss man sich das dann halt angucken Dann hat man hier so eine kleine Liste Die jetzt irgendwann aufploppt Und hier steht jetzt irgendwann Hier steht auch wer in der Box ist Fahrer Das Ranking Von unserem Fahrer Das kann man hier alles einsehen Wir machen das mal so lange aus Oh kann man denn sehen Und es läuft Und es läuft und läuft und läuft Hier oben muss die Zeit ablaufen Dann haben wir es geschafft Oh schneller schneller Das soll dann halt seine Zeit Ja da muss man wirklich viel Zeit mitbringen Okay und dann stellt sich die Kamera auch immer wieder um Event ist abgeschlossen Wir klicken auf Wir klicken auf OK Und dann können wir sehen Wo unser Team gelandet ist Ich weiß gar nicht Wir sind auf den letzten Platz gelandet Auf 39 und 40 Klicken dann auf OK Und hier steht Sie müssen die Rechnung bla bla bezahlen Für ihre letzten Teams So ein bisschen grob jetzt mal gezeigt Also wie das Spiel aussieht Also es geht wirklich rein ums Management Man sieht nicht wirklich viel vom Rennen Man kann alles selber aber beeinflussen Indem man wirklich die Wagen vernünftig einstellt Wie man das alles macht Weiß ich natürlich nicht Deswegen konnte ich das jetzt nur so grob zeigen Dass ihr genau wisst Wie das ungefähr funktioniert So geht der Management So baut man sich den ersten Wagen zusammen So stellt man die Leute als Fahrer ein Man kann natürlich dann auch bei Personal Noch Personal suchen Zum Beispiel Wenn man jetzt auf Personal geht Dann kann man hier Arbeitsmarkt Kann man sich dann irgendwelche Mechaniker suchen Und Designer, Büropersonal, Trainer Das kann man alles hier drüber machen Fahrtrainer Dann gibt es hier auch Fahrtrainer Die man hat Muss man dann immer halt gucken Wie man das macht Ich bin 99 Jahre alt Ich bin gleich tot Und deswegen konnte ich euch das einmal so zeigen Hier kann man auch alle möglichen Sachen Noch für den Wagen einstellen Bei der Werkstatt Dann aufs Auto Und wirklich wer sich damit auskennt Mit dem Fahrersetup Mit der Aerodynamik Mit der Mechanik Mit dem Setup Und weiß man das einstellt Der hat einen rundum guten Simulator Kann wirklich Formel 1 simulieren Als Manager Ein bisschen hinter den Kulissen Ist halt immer noch ein Spiel Darf man nicht vergessen Aber trotzdem super Danke fürs Zuschauen YouTube Ich bin erstmal wieder raus Das war Poolposition 2012 Der Simulator Bis dahin Tschüss Bis dahin ��